So in diesem kurzen Video möchte ich dir erklären, was wir unter einer Halbgruppe verstehen. Eine Halbgruppe ist ziemlich ähnlich zu einer normalen Gruppe. Es ist eine Menge, auf der eine Verknüpfung definiert ist. Und diese Menge zusammen mit der Verknüpfung, die muss zwei Eigenschaften erfüllen. Die Assoziativität und die Abgeschlossenheit. Assoziativität, das bedeutet ganz einfach, dass die Elemente dieser Menge das Assoziativgesetz unter dieser Verknüpfung erfüllen müssen. Das heißt, das was hier steht, dass wir die Klammern beliebig setzen können. Und Abgeschlossenheit, das bedeutet, wenn wir uns zwei Elemente aus dieser Menge aussuchen, diese beiden Elemente unter der Verknüpfung verknüpfen, dann muss das Ergebnis wieder in der Menge h sein. Der Unterschied zwischen einer Halbgruppe und einer normalen Gruppe sind diese beiden Eigenschaften. In der normalen Gruppe müsste noch ein neutrales Element aufweisen und es müssen inverse Elemente existieren. Schauen wir uns mal ein ganz einfaches Beispiel für so eine Halbgruppe an. Das klassische Beispiel sind die natürlichen Zahlen unter der Addition. Wobei die natürlichen Zahlen 1, 2, 3 und so weiter sind. Also ohne 0. Überlegen wir uns mal ganz kurz, ob die natürlichen Zahlen unter der Addition überhaupt die beiden Eigenschaften für die Halbgruppe erfüllen. Zuerst mal die Assoziativität. Die ist erfüllt, weil wir wissen, die Addition ist assoziativ. Man kann die Klammer setzen, wie man möchte. Und die Abgeschlossenheit, die ist auch erfüllt. Wenn wir uns zwei natürliche Zahlen raussuchen, die beiden Zahlen addieren, kommt wieder eine natürliche Zahl raus. Also die Abgeschlossenheit, die ist auch erfüllt. Und damit sind die natürlichen Zahlen unter der Addition tatsächlich eine Halbgruppe. Es ist aber keine normale Gruppe, weil es gibt kein neutrales Element. Das neutrale Element wäre ja 0. Das ist nicht vorhanden. Und es gibt keine inversen Elemente. Die inversen Elemente, die wären ja die negativen Zahlen. Und die sind in den natürlichen Zahlen auch nicht enthalten. Sodass sie haben, das ist nur eine Halbgruppe. Falls du dir noch weitere Videos zu Gruppen anschauen willst, dann verlinke ich dir die Playlist, wo du diese Videos finden kannst, jetzt noch unten in der Videobeschreibung. Und dann verlinke ich dir die Beschreibung.